Leicht. Laufe den Anstieg bis zur ersten Markierung in einem für dich angenehmen Tempo hinauf. Bei der Markierung drehst du um und gehst langsam wieder zurück zum Startpunkt. Mittel. Zur Steigerung der Intensität laufe den Anstieg bis zur zweiten Markierung hinauf. Wenn du die Markierung erreicht hast, drehst du um und joggst locker zurück zum Startpunkt. Schwer. Um die Intensität noch weiter zu steigern, laufe den Anstieg bis zur dritten Markierung hinauf. Steigere dabei dein Tempo kontinuierlich zwischen dem Start und der letzten Markierung. Wenn du die Markierung erreicht hast, drehst du um und joggst zurück zum Startpunkt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017